Moin, hier ist Heini, jetzt geht das weiter mit FarmExpert 2017, ne, die Zeit vergeht, ne, 2017 sind wir schon. Da starte ich jetzt ein Let's Play mit, ne, ich will mal so ein bisschen auf den Buren machen. Und, äh, ja, ich hab euch das Spiel ja schon vorgestellt und ich fahr jetzt mal zur Bank, kennt ihr braucht nicht mitfahren, ich mach kurz Pause, weil die Bank ist ja so ewig weit weg, ne. Und das will ich euch mal nicht antun, ne, weil ich muss ja noch Mähdrescher und so ein Scheiß alles kaufen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie einen Mähdrescher oder irgendwie sowas hab, ne. Oder wohl. Wir wollen sehen, ne. Und Mitarbeiter. Aha, 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 das haben wir noch nie. Wie gesagt, ich hab das andere nicht gespielt, weil ich ausgesetzt hatte, ne. Aber Mähdrescher ist nicht hier, das haben wir. Eine Sehmaschine brauchen wir. Mhm. Wenn ich will, eine Aufgabe und dann das Feld der Preis und der Größe und das Feld abhängig und wiederum falle, das ist ein bisschen doll. Ey, jetzt ist die Frage, was ich gar nicht weiß. Mähdrescher, sammle die Ernte ein. Ob ich Mähdrescher haben muss oder ob das ein Lohnunternehmer ist. Das werden wir einfach testen. Ich werde einfach mal ein Feld, äh, vorbereiten. Aha, genau. Kann man einfach hier testen. Pflügen. So, ich will, dass er das hier pflügt. Man wurde mit dem Pflügel auf, ausgewählt, aber da beginnt gerade das Feld. Alles klar, so. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob das ein Lohnunternehmer ist. So, jetzt wollen wir mal ein Sehne. Wo muss ich denn hin? Wo ist der... Ah, da ist der, ja, klar, super. Ja, siehst du, das habe ich nämlich nicht gewusst mehr. Ich habe es vergessen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Da rennen wir jetzt mal am Held. Mal das vernünftig, Kollege. Ansonsten haben wir beide ein kleines Problem, ne? Das ist ja mal ein Ding, du. So, er pflügt. Damals war das so, dass man ab drei Tagen, äh, das nutzen konnte. Er macht das jetzt so. Finde ich cool. Schön. Geil. Ein Problem weniger. Ich kann ja den anderen Feld so lange pflügen. Äh, wie sieht es mit Tieren aus? So, haben wir ja natürlich nicht. Wir brauchen ja diese, diese Gebäude. Wenn wir jetzt einen Kuh haben möchten. Vögel, ja. Sie haben Züchter, Hühner und Enten. Na, hier einen Kuhstall haben. Kuhstall, Kuhstall, Kuhstall. Fähigkeiten, ja. Ich würde sagen, wir machen selbst nochmal ein Feld. Kühe, also vielleicht wollen wir ohne Kredit aufnehmen, das schaffen. Zack, zack. Mann, das geht nicht. Aber so. Oder haben wir schon irgendwo was gelagert? Was ich aber nicht glaube, ne? Lernenprogramm. Ob ich das sehe, ich will aber nichts lernen jetzt. Untergrundlockerung, Früitti, Belockerung, du, 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 du. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Mit dem Streipstoff. Oh Gott, ich muss hier wieder komplett reinkommen, ne? Ich muss hier komplett reinkommen. So, dann machen wir diesem Feld hier, oder es fliegen kann er, dann kann ich ja Sehen. Also eine Sehmaschine habe ich aber nicht hier, ne? mitarbeiter oder hat er jetzt flug muss man treckerlänge blieben nutzt er mein trecker denn jetzt ist er da alles gleich vor gerade sagen wir haben sie nach hause gehen auch immer ein tag sind wir da drinnen oder geht hier hat sie hat sie denn haue ich da gleich mal mit dem flug hinterher und man nicht so ein lärm wir wissen noch ein schloppen der anhänger haben wir so okay kannst du zu machen das wollte ich nur wissen warum die türen nicht vom kopf man so hast du nicht weh oder was du lappen so macht ihr noch mal auf kollegen dann werden wir danach mal gleich kubbern wo der kollege ist dann werden wir die maschine mal anschmeißen so wir können das ja gut machen woher ups piep piep da geht mir so ein bisschen auf die eier aber es nützt nix die gehen noch die trecker kaputt wie ich das mitgekriegt habe da muss man auch selbst reparieren und obst plantage und die ganze scheiße muss man alles selbst machen ich würde mir mal wünschen dass man ganz alte treckern hätte nicht die neuen sondern ganz alte und dass man dann ganz klein anfängt aber so richtig sein das gibt es noch nicht das wäre mal was cool ist ja die schnauze kollege so mein feld ist jetzt wo ja kollege ich habe drei stück so hier ich werde mich da hinkomme oh wie süß langsam ich fahren ne so ändere ich gleich keine angst keine angst da vorne links ist das denn okay das kriegen wir hin wir werden erstmal jetzt schneller hier aber ich will kurz was gucken gerne ist alles locker alles locker trecker bleibt an grill ist auch schon da können wir lecker grillen ich würde mal gucken was hat hier alles ist dass ich jetzt auch alles hier so ist englisch ist drücken sagen aber tade beats potatoes alles klar kartoffel und kann man da was lassen wir schmeißen einfach hier müll hin der glaube ich wurde hier und was willst du hier haben einen teich mein freund da ist das mein hof jetzt hier noch oder was zu mir komme ich dann koch mal darauf ich habe was für dich nein mein scherz man scherz hallo schöne schuhe hast du an dann geht er nicht auf ist das denn jetzt alles noch mal ein hof oder nicht naja ist egal wenn wir sehen wenn es soweit ist so was dann hier hier kommen die hühner ein auto waschanlage alles klar das war unser hof das war ja auch klar da kann man das alles unterstellen ich wäre cool dass die ganzen türen jetzt wenigstens aufgehen das ist ja schon was cool sagen wir wieder zu kollege was habe ich gerade gesagt sehr schön gehen wir hier mal durch hier auch eine werkstatt noch sehr schön du bist du bist auch zu so dass hier werkstatt ob ich sie sind ja können wir die ganzen schläuche zusammenrollen hier gehört sieht ja auch sich ohnehin gut ja dann bin ich aber mal gespannt soll ich muss erst mal annehmen oder zu den helfern hin wo er da ist ich oder ich wollte auf einem anderen feld geht ja gar nicht bin ja hier ich muss ja woanders hin fahren wir mal überm acker hier scheiße goal so jetzt fahren wir hier links lang irgendwo muss der kollege schweiß muss doch sein weil gesagt ich kenne die ganze map noch gar nicht so irgendwo muss er doch hier gleich sein da sind uns alle entfährt er das sind unsere silos ja das ist auch also überblendet die farben gefällt mir nicht so ja so geht es ja einigermaßen aber ich will auch kabinen ansicht haben so naja ein bisschen fleißig du sie dann fällt aus ja wo wir doch sagen dass sie doch in ordnung aus oder muss ich das auch genau hinkriegen so richtung ändern gang nach oben so dann wollen wir doch mal eben vor gang nach unten und wir wollen schnell an das ist ja nicht so dass wir schlafen wollen und wie sieht das aus hier auch vor also bis jetzt hier ja ich will mal gucken ob wir ja sehen das kann er gleich auch hinter mir machen und das wird die plecke bestehen anbau er hätte zuvor bevor er mit den fliegen auflockern los geht also noch gar nichts drauf geflüchtet ist noch gar nichts auf die video das jeder 0 prozent aber hier da muss ich gucken bis 100 prozent gedüngst in secken schluss haben wir nicht geflüchtet nichts auf also dass mir nur mit ein scheiß dass niemand machen kollege wir haben noch mal einen gang schnell rein oh nee das ist so schnell hallo aber wahrscheinlich ist das wenn wir die andere grundstück benutze ja da denke ich meine hallo wir haben es mal wir können aber schwer und hatten du mein wenn man das heißt wir helfen muss ich sagen so und weiter geht es jetzt aber los hier ach so ja kamera zeigt dass ich auch alles an wie ich daneben fahr ja dann kann ich ja erst mal was leiden was hat er denn gekostet der helfer bei sie und vorne herrn der koppel die klare wo wir brauchen wir müssen und träger durch oder so hinten stehen leitern geradeaus da könnt ihr abends mal fenstern wenn ihr möchtet aber ist natürlich durch ohne fenster die habe ich jetzt naja geht ja noch jetzt noch mal die bremse auf jeden fall irgendwann mal hier größeren links bums ja wenn du jetzt hätte ich das kollege jan da kannst du gleich den anderen feld abflügen dann würde ich doch mal sagen zack auch mal eine lande naja sieht ja nicht immer so gut aus ich bin ja schon gut im rennen zu kommen ja kollege das gute ist ja wenn haben jetzt mitspielen würde der würde wasser finden da wird es mal wieder schwimmen gehen aber mich und so hast du nein so 69.000 und kaum nicht tun habe ich bin ja froh dass der helfer schon vom ersten tag an funktioniert der kohle kann er ja oh gott ich brauche jedenfalls größeren flug pro karte gott und war naja ich glaube wir brauchen generell irgendwie eventuell ein anhänger habe ich ja naja wir brauchen generell was kann der helfer nicht alles machen mitarbeiter die auftragung anfangen zu verklopfen bauftragung mit flug bespritzung flug bespritzung andere die obst ändere die ozertage in einem feld das machen wir doch dann brauchen wir wieder komplett neue maschinen dann haben wir natürlich das ist proban ach müssen wir mal gucken man hat er hier ein hoftiere ja da haben wir aber jetzt nix nein da haben wir jetzt nix egal wie wir schon hin ist ja fertig oder war du bist ja mal richtig fleißig zu helfen versorgen wir die äckere hier nie so fahr gerade vernünftig so ich würde gerne kabinen ansicht aber irgendwie naja geht ja so ist auch nicht so lau oder machen wir das lassen wir das einfach jetzt mal so aber spaß macht das ja ne also muss ich sagen ich bin das land nicht mehr gespielt spaß macht das jahr da gefällt mir erst mal wieder so ein bisschen außer diese überblendung wenn ich aus dem fenster gucken wie das aussieht aber auch echt mal einen größeren größeren auf jeden fall so kriege weil das in der los ich muss auch so viele die normalen ja ich habe verstanden ich habe verstanden dass du gepiept hast nein nicht nähne 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 wieder hoch wie ich will auch nicht auf die straße fliegen so war mal der hauwe so hätten nur ein bisschen ist dann sieht das einigermaßen gut aus nee dann muss ich dann sagen so lassen wir das denn auch mal immer eben große helfer dann die urgen zettel schreiben kriege steht ja noch mal drinnen bad waterhelfer nimmt eigentlich wenn er jetzt flügt wenn ich will die normal klicken aktuelle ziele zusätzliche aufgaben der ist ja jetzt eine lernprogrammechanik niederloben so wir sind hier du achten was das wir dann gebrauchte maschinen ja wir dann später auch mal entfahren und stopp piep ist er fertig ich glaube kollege homo ist fertig da hinten ne was will er jetzt von mir da hast du ja mein freund was möchtest du jetzt denn bist du fertig du lohnunternehmer du hast du ganz toll gemacht was willst du jetzt von mir warum fährst du nicht weiter was mach ich falsch ganz gleich mit dem saat beginnen ne oder wir machen das so beenden die hat das so toll gemacht ich hab ja keine saatmaschine ich wollte gerade sagen da kann er das machen und ich so ein mitarbeiter geht nicht weil auf dem pflügen aber die könnten anderen feld pflügen mein freund geht es ja jetzt hin was passiert da jetzt mit ihnen hier was soll ich mit dem machen soll sie soll ich den akten kopf oder hatte so du bist fertig das haben wir gesehen hier ist der andere mann man hat ja viele trecker und was sollte ich jetzt mit dir machen wo bist du geblieben das ist andere da aber was soll ich denn jetzt mit dir machen ja kannst du hause gehen jetzt geld haben oder was ich habe kein geld wieso fährst du weiter was ist los hier aber jemals übersehen das feld ist doch fertig das gehen wir noch mal dahin ja keine ahnung muss ich ehrlich sagen weil das jetzt ist ne hof des spielers ja 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 schon klar aber ich kann jetzt nicht irgendwie wenn dann haut er denn ab richtung halten reichweite das verstehe ich jetzt naja ich mache das mal weiter für jetzt gleich automatisch weg ich werde sie noch mal jemand hier beauftragen du kannst auch den dritten feldmann vielleicht hast du ja bock den dritten feld zu machen du vogel so auch flügen ist er schon geflücht ne so ist er jetzt noch da ja also habe ich ja viele mitarbeiter jetzt ne mann 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 wir euch viele mitarbeiter ich fühlte eigentlich ich sehe da vorne ja bei der kamera sieht man das so schlecht ne so meine lieben dat war teil 1 und ich hoffe ich kann speichern oh gott so ich fliege noch mal denn im zu ende so halt eben eine runde hier aber wieso steht er da ihr wisst das ja bestimmt wieder ne so habt ihr ja der typ für mich für den kleinen do wie heini war also bei der leben ich danke euch fürs zuschauen wenn euch das video gehabt gefangen hat könnte gerne natürlich mir ein abo da lassen da würde sich darüber freuen so erstmal so und dann stehen wir erstmal so und dann speichern wir das ab und da bin ich mal gespannt was ihr sagt wie ich den fahrer da wieder wegkriege der auf dem hof steht ihr wisst wegen ich meine wo ist er geblieben ach ok hat sie erledigt nach einer gewissen zahlhaut automatisch ab schön ein problem weniger ein glück also meine freunde ich sage schon mal in diesem sinne ab in die renne es geht los tschüss